jo leute willkommen zu einem neuen video heute wieder fifa 22 und zwar habe ich die weekend league world champions gespielt ich habe mich leider vertan ich dachte man kann am dienstag auch noch spielen ist leider nicht so deswegen habe ich nur zehn spiele gemacht und ist dann ich stand 46 und deswegen habe ich auch die belohnung ich halt habe mal gucken also ich hätte halt viel besser abschließen können und das sind jetzt die belohung 5000 münzen ich wächst noch ein pic ist nicht schlecht und wenn wir jetzt auch gleich öffnen ich sagen und zwar in drei zwei eins let's go geil mazuri oder wie ein stahl mazuri habe ich halt vor allem ich überlege einfach ob ich mir den den nehme in rot aber wegen steil sind sich auch nicht schlecht aber ihn hier spiele ich halt ihn spiel ich halt safe dann nehme ich ihn mit ihn nehme ich mit weil ich den anderen verkaufen so und dann gehen wir jetzt noch in die anderen pecs schnell rein ich habe nämlich noch so ein paar pecs gehabt aber jetzt habe ich natürlich auch noch ein paar mehr pecs wir fangen hier vorne an jumbo premium gold pack tauschbar 321 öffnen komm schon da kann auch das drin sein finde ich ne ich weiß nicht italien torwart no jetzt ist gar nichts leider nehmen wir alles mit kommt schnell alles auf den transfermarkt hier ich bin schon gespannt was im zweiten pack dann ist ich hoffe ja wir ziehen auch schon so und trotz na das wäre krass weiß gar nicht ob jetzt gerade alle im pack sind also jetzt es gibt ja gerade zumindest in der weekend league gab es ja die von holländischen englischen und jetzt ist ja auch gerade die zweite englische liga glaube ich nächstes pack gönn wieder nichts ein bisschen enttäuscht nein nein gol nä ich nehme alles mit hier und ihr kommt hier wieder auf dem transfermarkt paka yoko Io Perez Thomason Rosen Henry Son Und das Ja Haben wir noch ein paar Packs jetzt vor uns Vier Stück Prime Goldspieler Pack Zwölf Goldspieler, sechs seltene Abfahrt Jetzt, komm, da kann auch mal was drin sein Nee, was hab ich denn für ein Pack Lack, also nicht Wie sag Ich hab ein gegenteiliges Pack Lack, ja gar nichts Was ich hier habe Wenigstens ist es tradable, dass ich noch mal Ein paar Münzen mache Alles schön auf dem Transfermarkt hauen Na, Ingular noch mal Hörb mich jetzt Ich weiß nicht, keine Ahnung Ich hätte halt lieber ein Walkout mal als im nächsten Pack Hoffentlich erfüllt mir das das Pack Wunsch Beim Goldspieler Pack Klein, ja Wenn da jetzt nichts drin ist Dann muss man auch mit niedrigen Erwartungen jetzt rangehen Dann kommt auch nichts raus Man, 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 man Sind das schlechte Packs hier Target, ja Alle weg hier Jetzt die zwei letzten Packs Zwölf Spieler, zwölf selten Ah, nee, zwölf selten Aber gemischte Sachen Okay Die beiden öffnen wir Drei, zwei, eins Auf den Lachs Zwei nachtziger Gabriel Mann, ey Hab ich Wirklich Also Nur schlechte Karten hier Mir fällt glaube ich gerade ein Dass ich noch das Vorschau Pack habe Das heißt Das wird jetzt erstmal aufgemacht Und danach das letzte Vorschau Pack Immer wichtig aufzumachen Da kann auch mal ein Banger drin sein Hier Ronaldinho Auf meinem YouTube Kanal Ja So leid auch das Nehmen wir natürlich nicht Jetzt nochmal Oh Silber Vorschau Pack Da kann auch immer mal Wer drin sein Der ein bisschen was wert ist Das sieht man eben nur nicht an Fuck Bahne So Und jetzt Gehen wir in meine Packs Seltenes Gold Pack Das Pack hat uns eben enttäuscht Jetzt kann da nochmal ein Banger rauskommen Im letzten Pack Drei, zwei, eins Öffnen Schon Wenigstens sind Wenigstens sind 83 Blosspieler Aber Ich weiß auch gar nicht mehr Ich weiß auch gar nicht mehr wie viel wert der noch ist Aber Aber Das ist wirklich gar nichts Chelsea Trikot noch mit drin Nehmen wir alles mit Die kommen alle auf den Transfermarkt Krack noch Den hatte ich doch vorhin auch schauen So gut Junior Alle weg Dann tun wir jetzt noch Den neuen Roten den wir gezogen haben In unser Team Erstmal Das ist mein Verein Verkaufen wir nachher Rv Hier ist er Boots So sieht jetzt Mein Team aus Ja Ich hoffe es hat euch natürlich gefallen Wenn ja Lasst einen Daumen nach oben da Lasst ein Abo da Und schreibt in die Kommentare Was eure Rewards waren Oder ob ihr noch FIFA spielt Haut rein Ciao Ciao